Hallo Leute und schön dass ihr hier seid bei L.S. 17 mit der Mistkewerke und Ed-Kräfte 27 Sie beraten Jut, Jut, Jut Meike hier Will raus Hä, wie sonst nur das? Achso, das ist mit was macht nur das Steuerung oder was man mit da Armrad Ja, aber du musst nur irgendwas anders drücken, damit er das macht Du musst zwei Daten drücken, Steuerung? Ne Halt, macht gar nichts Doch, das ist ein Haus Also ich bewege nur meine Wenn ich, wenn ich Mausrad mache, gehe ich nach oben Ich halt nicht, weil mir versäht das Ja, das gibt's auch, aber dann hast du Shift Ich drücke eigentlich gar nichts Es gibt wohl die Funktion, dass du das machen kannst Aber das ist mit irgendeiner Tassenkombination Deswegen wundert mich gerade Äh, faltest du nach oben, faltest du nach rechts Ne, ich fängt zu in der Kombination nicht Ne, warte mal Äh, rechte Maus, das der Mausrad, dann geht's bei mir auch, schau Ja, hm, stimmt, hm, ja Ja, ja, ja Das tut durchaus recht, ich weiß, ich verruf mich über die Rechte raus Und dann kann es halt eben schön rauskommen Soll ich rein zugefügt, damit man in Spielern So, noch bis er die Sicht anpassen könnte Wulf, 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 Wulf oder wie das heißt Was ja noch zweimal zurücksetzen Ja, ich habe schon geschaut, ob man das mit Mausrad irgendwie ändern kann Dass da startet sich nicht die Motorsee geht, aber Nee, nicht Geh nicht Jo, Jo, du, 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 du Wir haben ein paar Mords in Ring zugefügt Wir haben die Map hier als Mod gemacht Das heißt, es ist eine Mod, die Map Obwohl es die Stadtmatch ist, aber als Mod Ganz schön Dann, habe ich ein paar Bäume noch gepflanzt irgendwo, und zwar Trauerige Mäuße Ist das wirklich jetzt die Mod Map? Weil ich schon nicht was du machst Jetzt bin ich echt ein bisschen Hier sollte mal ein Baum stehen, genau hier Ja, da, 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 da Da stehst du Hat er das jetzt irgendwie gespeichert, oder wie, oder was? Ich muss mal eine Runde mit dem Auto fahren Tu das, tu das, tu das Ich würde dich ja mitnehmen, wenn es gehen würde Aber es geht ja nicht Ich habe ja da irgendwo noch ein paar Bäume gesetzt Ich weiß zwar nicht mehr wo, aber Irgendwo an dem Straßenrand Habe ich extra noch Bäume gesetzt, damit wir Bäume haben Wir Bäume haben? Zum Fällen Ich weiß zwar nimmer wo Das ist natürlich sehr gut Ui, was ist mir los? Holy Shit Da habe ich jetzt echt die Fallschirm mitgeladen, ne Da hinten müssten wir mal Bäume sein, das sind auch keine Hä? 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 Okay, da muss ich dann nochmal ansetzen, irgendwie gespart hat er das nicht Einmal mit Profis ab Wir müssen halt das Bäume stehen Wir müssen halt das Bäume stehen Tja, ich bin zwar enttäuscht Ja, ziemlich Das ist ja nicht zugeben Ja, dann war es halt so Ja, es gibt noch genug andere, kann man noch fern Ja, und Gucken was da das Problem ist Vielleicht habe ich nur irgendwo einen Fehler, dass der statt der Modmap wirklich noch die normale Map lädt Es ist ja nicht so einfach da den Scheiß zu machen Ja Da schließe ich vorbei Wie nix Ja, gut Was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben ja mal uns ein bisschen offline, ein bisschen Plan überlegt und so Wir wollen den Let's Play jetzt anfangen, ein bisschen mit Helfer spielen Weil wir merken, dass es zu zweit ein bisschen schwer wird Und wir sind halt nutzzweit Genau Merck ist ab und zu mal dabei, aber das ist krank Und das ist auch wieder nicht dabei Und das wird halt dann irgendwie auch langweilig, weil wir nur an den Feldern rumgucken Deswegen gehen wir mal Finanzen checken und dem paar Millionen Kredite auf Finanzen? Hm, Finanzen Ich würde jetzt einen Autoklick einschalten, aber ich glaube das ist zu riskant Dann haben wir wirklich ein paar Millionen Mach's nicht Weil so ist er hüßig langsam Der kommt im Stand Wir nehmen so, ich würde mal sagen 800.000 Kredit von 800.000 Ich hab noch 785.000, jetzt hab ich 800.000 So, jetzt sind wir uns überlegen, was brauchen wir an Maschinen? Wir brauchen überhaupt mal Maschinen Gruber Sehmaschine haben wir ja rein theoretisch Das heißt, das brauchen wir nicht, die kann ja direkt zart, gell? Haben wir noch irgendwas, was wir kaufen mussten, noch nicht gekauft haben? Ja, relativ viel Was war's? Was war's? Forstanhänger, Sehmaschinen Äh, ja Und das heißt jetzt? Ja, rein rechnerisch könnten wir den Forstanhänger könnten wir einfach kaufen Den bauen wir eben Ja, den verkaufen wir jetzt mal einfach so Zurückgeben Zumindest zurückgeben Das kostet eh nix Ladewagen können wir auch zurückgeben Dann haben wir noch die zwei Sehmaschinen, rein theoretisch würd ich Der Mais braucht man grad eh nix Genau, Mais können wir mal zurückgeben Und die andere Lassen wir die kann direkt zart, gell? Kein Feuerwehrsgrubbern oder pflügen notwendig, genau So Also wir haben halt jetzt Mais Dazu bräuchten wir Ein Fahrzeug, was Mais ernten kann Ja, das ist ein Hexler Hexler, ja Aber ja Nee, haben wir wieder keinen Hexler gekauft Wir haben noch keinen Hexler gekauft Ich glaub das ist in der letzten Folge stehen geblieben Shit, die Scheiße Warum ist man wie die Kamerageschwindigkeit wieder so langsam Das freu ich mich auch immer Täglich So, ich dachte mir, was der ganze Zeit so laut ist dabei ist Alina am Kekse backen Oh, Kekse, was gibt's denn leckeres? Weiß er nicht, ich dachte, das kann halt sein, dass mein Computer so laut ist, ey Die Lifter, dachte ich mir, die dreht durch Das ist ja eigentlich immer recht friedlich Ja, bei mir in 2K Aber die Grafikkarte mit 54% ausgelastet Ja, das seh ich jetzt nicht, aber Wird schon passen Ich könnte dann jetzt stream hier noch zusätzlich Dingsanpacken das um Ja, gib mal Also wir haben ja alles angesehen, oder? Wir haben alles angesehen, ja Das heißt, es muss eigentlich nur wachsen Häckseln Kander Hellmann Nett Und es ist ein zweiter Beiß Gewerke ist für Kölnstow Ja, aber wir häxeln Das ist ein bisschen grob, glaube ich, ich bin am Anfang, einfach nur eine Strecke fahren lassen Also modern Thomas Nett Das heißt, ich würde mal sagen, wir lassen mal die Zeit schnell laufen, während wir hier quatschen Bis mal was wächst Weil es hast du mir eh nichts zu tun, außer Holz Äh, ich mach den Trecker sauber Äh, ich mach den Trecker sauber Ich guck da mal ein bisschen in die Schoppchen Übrigens ist auch gut, wenn man nur eine Seite des Treckers macht, dass er komplett sauber wird Das ist normal Finde ich auch, finde ich auch Weil wir wollten eben ein bisschen die Helfer mehr arbeiten machen lassen und wir werden dann ein bisschen um die Tiere und so weiter kümmern Und die schöneren Sachen Du sagst es, du sagst es Hm Ich bin irgendwie grad ziemlich planlos, muss ich ehrlich sagen Ja, ich auch Weil eigentlich haben wir jetzt nix zu tun, so grob gesagt Ähm, momentan nichts zu tun, weil wir warten müssen, dass die Felder gewachsen sind Genau Obwohl, auf dem Endfeld ist noch nichts gesät Wo? Doch, wir sind alle bestätig, oder? Weiß es nicht Ähm, doch Feldfrüchte, hier steht Raps Genau Haben ja wohl gemacht Naja, zweimal links und einmal Raps Ein Duche Die Ziegen sind sauberer Bohnen, okay Okay, ja, blöd, kann man nicht ernten Was braucht man eigentlich für Sojabohnen? Hat sich damit überhaupt schon jemandem auseinandergesetzt, mit dem ganzen neuen Zeugs? Ich nicht, und ich hab keine Ahnung Ich weiß es halt auch nicht, weil Sojabohnen sind halt Sojabohnen und Ja, das wird's halt Also wir haben Rübenernte, wir haben Feldhäcksler, wir haben Erntemaschine Ja, ich würd's mal unter Rübenernte wird das drin sind, oder? Nee, der ganz normale Ernte Okay, also Könnten wir's ernten Auf gut Deutsch Und Mais könnte man ja eigentlich auch lernen Ja, aber das ist Ja, aber wir müssen ja Mais nicht häxeln Genau, das ist dann Ja, aber da brauchen wir das anderes Maisgebäß Das haben wir nicht Wir müssen ja auch so schauen vom Geld, dass mal wir Was ist eigentlich der aktuelle Preis für Silage? Das Ja, das sollte sehr schlecht sein Ich weiß auch, was ist Silage, also wenn er gut ist bei der McLean Biogast Sind das die 568, oder was ist das? Ähm, muss ich selbst gucken Silage war Der Ball, oder? Nicht der Ball Ich glaub das war Silage Du hast ja nur die paar zur Auswahl für die McLean Biogast Plant Oder ja, das wär Dieser runde Dings da Ja Was ist das? CCM? Sind das? Das ist durch irgendeinen Mod Knapp Also 500 kriegen wir Das ist schwach Das ist schwach Und Mais würde uns halt jetzt schon erstmal 930 Ne, 960 Ne, nach was sortiert der das? 989 Das kannst irgendwie nicht sortieren, ne? Ja, sortieren kannst du nicht, aber manches zeigt der Grün an Dann denkst du meistens Preis gut Ja Aber im Endeffekt ist es Preis nicht gut Ja, wo ist dein Mod? Hätten wir schon reingedauern, wüssten wir schon Ja, ich hab halt ja Was ist, wir haben große Nachfrage, irgendwas war Hab nix bekommen Leg dir mal die Nachrichten weg Sehr egal, wahrscheinlich ging's um Marys Farm mit den Seinen Blümchen Das meistens blau Und eigentlich soll das jetzt auch aufleuchten Genau, Marys Farm leuchtet blau Sollte Das sieht sehr schön aus, wie du das hier machst Und so schön, LKB einpacken, ja Oh, das ist schön, LKB Vor allem, weißt du, was du diese Folge gemacht hast? Nichts Nichts! Zehn Minuten, du hab' labert Muss auch mal sein Wir sind schon alt Alt und schrumpelig LKB ist auch dreckig Gut, also Selma ernten wir jetzt meist direkt Ja, den Mais werden wir ernten Dabei lassen wir Ähm, den anderen, den Helfer das andere Feld ernten dann Aber dazu brauchen wir halt nen Hexler, da ist es immer stehen geblieben Also wirst du Hexeln, gut Also ein Feld Hexeln und das andere Feld dann normal Ja, das andere können wir mit dem Dings lassen So, da werden wir wieder unseren roten nehmen und fertig, gell Ja Warme Geld Diesen Mal halt kaufen So, und Schneider Nehmen wir jetzt ähm Ja, eigentlich hätten wir es ohne Hexler auch machen können, wir sind top Idioten Ja, wie gesagt, wir könnten auch Mais direkt ernten Ja, aber jetzt haben wir den Hexler schon gekauft Das wär jetzt natürlich auch doof, wenn wir jetzt den Hexler kaufen und Wie viel Schneidwerk hatten wir denn da? Hatten wir nicht eines, das so komisch vorne gedreht sich hat? Ein Klappschneidwerk Ist das nicht extra Mais-Schneidwerker? Hätte ich es einfach da für Texler-Schneidwerker Hätte ich es einfach da für Texler-Schneidwerker Ich dachte mir, wir hatten ja das, hatten wir genau 6 Meter Das wäre 9 Meter Wie geht eigentlich Kürstball aus? Ähm Ich hab's ja vergessen Ähm Ne Ne Hm 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 Ist Curseplay überhaupt für Multiplayer aktiv? Hm Ja, das musst du den Herold fragen Ich weiß nur, dass alt und leer, dass der komische Dinger macht Gute Frage, ich hab's aktiv ist Multiplayer Ich weiß es echt nicht Ähm Ne Glauben nicht Glauben du Curseplay Glauben du Curseplay Glauben du Curseplay Glauben du Curseplay Da ist er schon geladen Es wird geladen Wird drin Ja Also Müsste er doch drin sein Wenn's in der Lok Glauben du Curseplay